Hallo Leute! Man, der Leon mag euch alle nicht. Ne, er findet euch alle vor Scheiße. Genau vor dem Stream hat er mir genau gesagt, ne, ich finde meine Zuschauer voll kacke, die sollen sich alle in den Arsch ficken und sollen lieber den Dante-Plays abonnieren. Ja, natürlich, das hätte ich natürlich als allererstes gesagt, dass sie dich abonnieren sollen. Ja, schlecht eben, denke ich auch. Danke, dass du mich bestätigst. Mann, fick mich. Nein! Bist du krank? Oder was ist mit dir los? Mhm. Okay, gut, dann ist das ja geklärt. Oh mein Gott, gib mir diese dämlichen Bären, die sind mir eigentlich egal, aber los, komm her damit. So, ähm... Ich hab Kekse. Boah, Alter, du bist doch echt ein Arsch, weiße. Warte mal, ich... Ah, kack, ich wollte jetzt eigentlich erst heilen, aber na, egal. Heilen wolltest du? Ja, so heilen und so, kennst du das? Also, was hast du denn jetzt schon wieder? Wieder so ein, äh... Ne? So eine Art heilen. Hä? Du meinst du heilen, die Gesundheit wiederherstellen. Total. Eindeutig. Also, du hast für mich einen kompletten Schuss weg, ne? Mhm. Hab ich das schon mal irgendwo erwähnt, zufälligerweise? Hm, okay. Das wollen wir miteinander reden. Stimmt. Aber irgendwie nicht nur dann, auch so irgendwie irgendwann anders, ne? Zum Beispiel... Na, egal. Ähm... Was geht sonst so bei dir? Hm, ich muss gerade Ask antworten. Ask-Frage antworten. Boah, ey, das ist so lame, ne? Hast du ja gerade gesehen, wie das gerade abgeht. Äh, hallo, ey, WTF? Sag mal, hast du keine Hobbys oder sowas? Oder keine anderen? Freunde oder sowas? Moment mal, Freunde hast du keine, stimmt. Okay. Doch, doch, meine rechte Hand. Das wollte ich jetzt nicht hören. Nicht? Okay, dann sag ich nochmal meine rechte Hand. Nur weil du es wiederholst, heißt das nicht, dass ich es jetzt lieber hören möchte und so, ne? Also, wollen wir so zur Info? Doch. Du bist doch echt behindert, oder? Ach so, ach so, ach so, ach so. Du bist doch echt behindert und so, weißt du? So richtig behindert. Ich glaube, ich sollte den, äh, die Textgeschwindigkeit mal etwas schneller machen. Etwas? Ja, so ein kleines bisschen, das, äh, schleicht so hinterher und alles. Das ist nicht unbedingt so cool, ne? So. Oh mein Gott. Wanderer Tom wurde besiegt. Halt's Maul! Wie lange stimmst du? Ich, äh, denke wieder so eine Stunde. Wieso? Passt. Ach ja, und wenn nicht? Was wäre dann gewesen? Hm? Welch später zu Bray gekommen? Ah, okay. Gut, dann ist ja super. Dann ist ja, äh, super und so. Äh, da ist so ein kleiner Behindie, okay, das ist toll. Und ich möchte jetzt in den Supermarkt... Nein, Quatsch, nicht in den Supermarkt. Hier ins Poké Center, genau. Wow, wow, er findet, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob da jetzt, äh, alles so in Ordnung ist, ne? Ich weiß nicht, ich hab ja vorhin schon einmal mit Blogs, äh, Blog eine Runde gestreamt, ne? Und, alter, da hat Twitch ist da... Boah, das ging gar nicht, man. Hm? Ich weiß nicht, wir sind da erst nicht rauf gekommen. Irgendwie erst... Drei Minuten oder was, bevor der Stream wirklich gestartet hat, ähm... Konnten wir dann wirklich irgendwas irgendwie gucken und so, ne? Auf Twitch. Okay. Stranger Shit und so. So richtig. So. Ja? 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 Wolltest du irgendwas Intelligent... Oh, ne, du wolltest nix Intelligentes sagen. Ne, ich will nur deinen Streamer bisschen so verbreiten. Ah, das find ich natürlich super. Wey! Find ich supi. So ein bisschen langweilig im Chat. Ja, ich, ich weiß nicht. Blogmann, schreib mir Zeug. Warte mal, ich guck mal eben, wer alles da ist. Entschuldigung. Der Blogmann, der dann... Ja, okay, das ist jetzt echt wenig irgendwie. Ah, ich mach das eben mal wieder weg. Muss man echt sagen, also gerade sind das irgendwie echt wenig. Was geht, Mann? Ähm, hallo Leon. Es geht. Es geht. Es geht. So richtig und so. Es geht. Ich weiß nicht, was es geht, sondern es geht. Ja, so richtig, ne? So, S-K-E-H-T, ne? Es geht. So. Es geht. S-K-E-H-T. Ja. So wird das geschrieben, ne? So Fragezeichen. Fragezeichen. Hm, ja, das ist voll wichtig, Mann. Voll wichtig, Mann. Jo, du hässliches Kind. Was geht, ey? Ich find dieses... Hm? Was, was, was? Lass mich in Ruhe. Okay. Ey, Entschuldigung, ausnahmsweise habe ich dich mal nicht gemeint mit hässliches Kind, ja? Ausnahmsweise. Kommt nicht oft vor, ich geb's ja zu. Ich hab ne lustige Geschichte an der Leon. Jetzt lass mich nur rausreden, wenn ich ne lustige Geschichte hab. Ja, dann fang an. Es war so, ähm, ich bin mit nem Kumpel im Einkaufszentrum gewesen und ich warte gerade so auch mit dem vor der Toilette, bis der mal fertig ist. Ne, und ich check nicht, dass meine Tante da ist und mein Kumpel kommt so an und schreit so, ey, du Schirche, ey, ihr Schirchen, ey, du hässliche Fresse. Und meine Tante so, ah, Pascal, du bist auch da. Ich denke nur so, was für ein Zufall. Ja. Tja. Die hab ich vorher gar nicht bemerkt. Aber auch immer leider ist die Fresse. Ach geil, die erkennen dich nur, weil jemand sagt, hässliche Fresse. Rufen die dich auch so beim Familientreffen oder so? Nur beim Familientreffen nenne ich mich behindertes Kind. Ah, ja, okay, okay. Das geht ja auch, ne, also von daher... Ist ja ungefähr das Gleiche, ne? Von daher, bastard. Ja. Kann ich so sagen. So ist das im Leben. Ja. Was? So richtig, du. Kannst du mal aufhören, hier so die Leute zu beleidigen, du? Ey! Ja, ey, was ist da los, Mann? Stalloos! Ey, dieser Stream, der ist so behindert, weißt du das? Ja, immer wenn ich dabei bin. Ja, irgendwie schon, ne? Irgendwie so sonst, ne? Irgendwie so total die niveauvollen Gespräche über irgendwelchen Zeug, der released wird und Pascal kommt an und macht den ganzen Scheiß komplett niveaulos. Aber hey, das ist lustig, ja? Ja, wir haben hier, wir haben hier unseren Spaß. Hallo, guten Tag! Ja, hallo! Hallo! Ich bin der Günter! Haa! Haa! Bisschen, du kriegst noch etwas mehr wie der Horst, aber das macht auch nicht, ne? Da sind alle erreichbar noch was hinter die da! Ich meinte jetzt eigentlich den Schlemmer, du! Haa! Haa! So behindert! Haa! Haa! Kennst du den nicht? Doch! Er ist ja super! Er ist ja nicht, Junge! Haa! Oh mein Gott! Daki, der meldet sich auch mal! Oh mein Gott! Iiii! Was? Iiii! Iiii! Spann den! Warte mal, ich bin nicht mal Moderator! Ja, siehste, hier ist niemand Moderator! Ey, meinst du bist auch Moderator! Hä? Ja, und nur weil du's bist, ne? Ähm, Blog, dann schreib einfach Baum! Okay? Schreib Baum, da fehlen uns, da fehlen uns so viele Sachen ein! Ähm, nein, ich meine, wär das nicht ein bisschen irgendwie strange, wenn ich dich im letzten Stream erst gebannt hab, ne? Gebannt? Ne! Du hast mich gekickt! Ja, ich hab dich gekickt, genau! Aus dem Chat gekickt habe und dich jetzt zum Moderator mache? Wobei andererseits kann ich dich auch wieder wegmachen, von daher... I don't know! Ich, äh, lass es erstmal! Äh, auf rumzuheulen! Äh, das ist uncool! Du fickt mich! Nein! Bist du irgendwie dumm? Ja! Okay, das war die falsche Frage! Gebe ich ja zu! So Fragen kannst du mir nicht stellen! Wow, wow, wow! KamuroLP went live on Twitch? Nee! Nee! Bist du sicher? Ganz sicher? Nein! Niemals! Nee! Nee, nee, du! Seh schon nicht ein, du! Nee, 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 nee! Also, das... Nee, das geht gar nicht hier so... Nee, nee, nee! Mein lieber junger Hasselbab, geht mal gar nicht durch! Nö, nö, seh schon nicht ein! So, ähm, guck mal, Neite! Das möchte ich haben! Einen Supertrank! Oh mein Gott! Ja! Wat? Wat findest du? Was hast du für Probleme, Mann? Was hast du für Probleme mit mir, hä? Schatz, ja. Oh, hey! Ich geb' dir gleich, äh, Haftbefehl und so. Swaggetti Yolonese Swaggetti Yolonese, genau, so machen wir das Auch schon Swaggetti Carbonaro Das kenne ich noch nicht Oh, wie geil Alter, Alter, ich hatte heute ne Pizza Weißt du, die war geil Ich hatte gestern ne Pizza, die war auch geil Die hat voll nach Pizza geschmückt Boah, Pizza, die nach Pizza schmeckt Wie geil ist das denn? Sogar nach Schinkenpizza Oh mein Gott, ey, weißt du, da muss ich gerade Ich war ja aber in Dublin Und da war ich bei Pizza Hut Und da hab ich mir so ne Dingspizza geholt Und die hat 10 Euro gekostet Und auch in Dublin sind gut mit Euro bezahlt Ja In Dublin bezahlt man mit Euro Echt? Ja, fuck Irland ist Euro Nur die dummen Engländer Engländer sind auch cool Die bezahlen noch mit Pfund Das wusste ich nicht Das wusste ich nicht Das hätte ich jetzt auch gesagt, mein Lieber Das hätte ich jetzt auch gesagt Das hätte ich jetzt auch gesagt Das wusste ich auch nicht Schämst du dich eigentlich nicht? Dass du sowas So ungebildetes Kind, ne? Was hast du denn für Krämpfe, ey? Du hast einen Schuss weg, Mann, mein Lieber Du hast einen echten Schuss weg Ich weiß So, ich wechsle hier nochmal Pokémon durch und so Twister ist gut gelevelt jetzt mittlerweile Eigentlich, oh mein Gott Was ist mit mir, was ist mit P.O. Dante? Level 13, das ist eins da drunter Aha Warum bin ich nicht weiter vorne? Ähm, weil die anderen erst trainiert werden müssen Vielleicht, möglicherweise Ich bin nicht wichtig Ich bin nicht wichtig Ne, bist du auch nicht Warum? Du bist nur der Starter, Mann Das Pokémon, das ich irgendwie so Immer im Team behalten werde Das Ja, das kann doch nicht wichtig sein Oder sowas Quatsch Nö Ich auch nicht Ich gäbe jetzt wieder einen Keks Nur wegen dir Oh nein, das ist so ein hässliches Smogon, Mann Was mache ich jetzt, Mann? Was mache ich jetzt? Junge, was mache ich? Was ist ein Gewunderhübsch? Hä? Ein Fluch Ja, ne, das ist ein Kampf, mein Lieber Das ist ein Kampf Da kann ich nicht weglaufen, Mann Ich habe nicht ganz hingesehen Ich habe nur gesehen Wie du so gesagt hast Ah, ich muss doch gegen Smogon gepfen Ah ja, ja, super Bin stolz auf dich Hast du toll erkannt, mein Lieber Hast du ganz toll erkannt Irgendwie bringt dieses Spellsport gerade nichts Nimm mal das da Ja, nimm doch an das Pokémon und Depp Ja, tue ich doch gerade Guckst du mal hin, Junge Guckst du mal hin Cool, das komme ich Yeah Ja, so richtig, Mann Und setz eine fucking Aquaknarre ein, ja Androphobie Also wenn ich dich so sehe, dann sollte man die auch haben Die sollte dann eigentlich jeder Mensch haben, ey Siehst du, siehst du Mit mir geht es gleich wieder bergauf Wieso? Ja, weil der gleich viel mehr Scham bekommt Achso, jetzt Mensch, Junge Guckst du mal, wie viel, welches Level ist Pedodante und welches Level ist das andere Ding Und dazu noch irgendwie ein Typvorteil Da scheiß ich drauf Da scheiß ich drauf Das hätte ich jetzt auch gesagt, natürlich Das hätte ich jetzt natürlich auch gesagt, ne Scheiß haust drauf Du, echt unverantwortlich, mein Lieber Echt unverantwortlich Dass du dich nicht schämst immer, ne Ne Das ist unglaublich Ne Pah Boah Spinne So richtig aber Ja Ne, ne, ne Das geht überhaupt nicht, was du hier abziehst, ne Boah, du fick mich Nein Gerade deswegen nicht Gerade deswegen nicht Dick, Mann Sticke Eier Und mit dir soll's aufwärts gehen Ja, ich seh schon Oh, ja Unglaublich Hab ich was für Niveau aufwärts gesagt? Nein Hm, stimmt auch wieder Tut mir leid, ich hab nichts gesagt Ach ja So, bla 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 Team Rocket, alles schön und gut Lass mich in Ruhe Ich, äh Batman Ja Ja Batman Ich bin Batman Voll und so, ne Lass mich heilen Ja Tralas Heilen Ne Was ist bei dir wieder kaputt? Wenn ich fragen darf Dann guck ich, dass du Kling kaputt Ah Ja, okay Das ergibt natürlich Sinn Äh, komm Maul halten So Nein, nein, nein Die, äh Andere Tante da Ach so Dann ist ja gut, ne So, drauf und so Ey Leute, Leute Ich, ich will noch ein Feuer-Pokémon haben Und ich weiß auch welches Ich weiß bloß nicht, wo ich es kriege Wir schauen gleich nochmal nach irgendwann Ich will nämlich ein, äh Wie hieß es noch gleich? Dies coole Pokémon Du schmeißt ein Pokémon in Feuer Hast du auch ein Feuer-Pokémon? Hä? Schmeißt ein Pokémon ins Feuer Und dann hast du auch ein Feuer-Pokémon Hä, hä Ja, natürlich Nein, wie hieß das noch? Hm Goldlith heißt es in Englisch Wie heißt es auf Deutsch, Mann? Ach, Goldlum Goldlum, Goldlum Nein, nein, du bist Goldlum Das hat damit nichts zu tun Logophobie Die Angst vorm Sprechen Ja, nee, ist klar Ich hasse Sprechen Ja, echt mal Ich meine, wir sind ja nur LPR oder sowas Und nein, sprechen wir nicht Nein, das geht nicht Boah Das ist ja abartig, Mann Sprechen Nee, unglaublich Dass ich mir sowas noch antun muss Ja, das ist ja unglaublich schon Ja, wir sprechen richtig tabu Ja, wir sprechen so richtig Bullshit, ja Und das in Verschichten Ja, nee Spinner wohl und so, ne Ja, WikiFTV Alter Äh, Block Hat dir, äh, Darkie gestern auch irgendwie was gesendet? Äh, so einen Wikipedia-Eintrag Zu was ganz Bestimmten? Oder dir, Pascal? Zufällig? Was? Darkie, Darkie? Nein Gut, okay, dann sei froh darüber Es war abartig, ey Wenn der Kerl das sieht, ne So, boah, Gott Das war so abartig Boah Worum ging's denn? Hm? Worum ging's denn? Das war ne, ähm Folter-Methode Und, ähm Mhm Die war abartig Die war echt Ich lass dich mal LOL spielen Hä? Ich lass dich mal LOL spielen Das ist die schlimmste Vorstellung Nein, nein, nein Alter, alter, alter Das ist, das ist jetzt Also ich, ich mach jetzt keine Witze Das ist abartig, ja Das ist echt abartig Was der mir da gesendet hat, ne Das ist schlimmer als Forchan, Mann Ernsthaft, ja? Echt? So richtig, Mann Boah Abartig Boah Ey, mich schüttelt's jetzt noch, ey Wenn ich das so höre Wurde da jemanden der Penis ausgerissen? Nein Alles noch dran Okay Erklär mal, komm, erzähl Ne Och, bitte Ja Nein 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 Ach komm, ich bin schon da Komm, komm, hier gibt's keine Mehr, hier gibt's Hä? Ja Ich bin hier, das Niveau ist schon längst gesunden Ah, das stimmt natürlich, aber Nein Warum? Weil ich das sage Fah ich das nicht? Ey, du sagst Buff Ist ja unglaublich hier Hör du Fick Das finde ich jetzt nicht nett von dir, ja? Das finde ich überhaupt nicht nett Ja, weil ich auch nie nett zu dir bin Okay, das stimmt Ich hab's immer noch nicht gespielt Ach ja, stimmt, ich hab's immer noch nicht wirklich gespielt Alter, du bist so Fickpiste, wofür hab ich dir das gekauft? Mit dem Addon? Damit ich das spielen kann Ich hab's, ich hab's ja schon gespielt, so ist es nicht, aber ich hatte jetzt irgendwie Bin ich nicht dazu gekommen Einmal hast du das gespielt Ja Und dann nie wieder, du Ohrensohn Richtig Ja Das ist toll, ja Warum bin ich jetzt gerade mit du Ohrensohn? Das Käpt'n Niveau Ja, so richtig Ja, so richtig Jetzt weg, ich komplett, ich habe ja gerade eine Horror-Zone gesagt Oh mein Gott Ja, so Ja, so Er streamt 99% 1% Sinn Sag mal, bist du behindert? Was, was, was für Sinn wird Vielleicht, vielleicht 0,1% Sinn Vielleicht, ja? Na, guck 0,1 Äh, wahrscheinlich das noch eher Das ist, das ist so sinnlos hier und so dämlich, weiß ich meine, guck dir diesen Vogel doch mal an Was tut sie hier denn? Was tut sie hier denn? So dämlich So dämlich So sinnlos Tralalalalalalala Äh Ja, Schulz auch, das wird noch hochgeladen, ne? Ich weiß Ja gut, fuck you Fick dich Welt Ja ne, du, du bist jetzt so voll cool und so, weil du Fick dich Welt gesagt hast, ne? Boah, ich bin stolz auf dich, du 14-jähriges kleines Kind, ey Ja, reicht Danke Leicht behindert und so, ne? Guck mal Ne, ne, ich guck jetzt nicht Nein Nein, ich, ich will nicht Ja, boah, toll, du hast ein Dreieck gemacht, ich bin stolz auf dich, mein Kleiner Boah Boah Alter, dass du zu so ner geistigen Glanzleistung noch fähig bist da, boah, das find ich echt toll, aber Boah Das ist Krot auf der Tastatur, Krot Boah, das ist wunderschön, mein Lieber, das ist wunderschön, ich bin ja stolz auf dich 30 Wut? Alt, da muss man alt drücken und dann 30 eingeben Wow, 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 coole Sache, man, coole Sache Ich will ja so ein fuck you damit machen können Den Smiley kann ich auch, den Smiley, den Smiley kann ich auch F13, warte, ich hab das auf der Tastatur Jupp, gute Idee Eindeutig Oh nein, nein, das ist falsch Das ist sowas von falsch Ups, Leon Hä? Das ist, nein Kartoffel Eindeutig, Kartoffel Ist der Tüster ein Schaf? Ja, ein Schaf Wann scherst du das denn dann? Keine Ahnung, wenn ich Lust habe, aber Voltilam ist cool Ja Der darf sich geehrt fühlen, dass er ein so cooles, äh, Pokémon ist Ja Das für mich, das Pokémon kenn ich gar nicht Hä? Pokémon kenn ich gar nicht What? Voltilam, Junge Dieses wundertolle, coole Schaf Alter, es ist ein Schaf Guck es dir an, es ist ein Schaf, hallo? Wie cool ist das? Ja? Ja, warte, jetzt sing mal eine Runde Pokémon Sing? Nein, Junge, du Nein Ich will der allerbeste sein, wie keiner vor mir war Moment, ich muss eben meine Brille absetzen Bäm, Facepawn Alter, bist du dämlich Die Gefahr Hm Ich streife durch das ganze Land Ich suche weit und breit Snipsaw, okay Ich, ich, äh, keine ganz Das Pokémon, um zu verstehen, was ihm die Macht bleibt Pokémon, komm schnapp sie dir Alter Alter, du hast echt einen Schuss weg, ne? In allem, was ich auch tue Wie, wie kommst du jetzt auf den Scheiß? Ich meine, Baum und Kartoffel Wie, ich? Ja, du Wer sonst? Hm? Deine Mama Ey, was hat die jetzt damit zu tun, hä? Das ist wohl die Hexe Ja, pfff, sehe ich ein Stimmt schon Weißt du noch, die Postkarte, Hexe Ja, ja, weiß ich Achso Ja Ich sag es dir, ne? Du kriegst auch irgendwann ne Postkarte von mir, ja? Du hast ja bei Leiden Punkte drauf, die meine Eltern verstehen Höchstwahrscheinlich, ja? Steht da drauf, halt, der Maun und Fick nicht Nein, das bestimmt nicht Mann Hör voll Kacke Hast du nicht gerade noch eben beantwortet, dass, ähm Du Hetero bist? Beziehungsweise nicht schwul? Okay, okay, dann bist du wahrscheinlich bi Das würdest du wahrscheinlich erklären, aber Trotzdem Das hat sie ja nicht selber erfunden, das war Mitchell Ey, trotzdem Du sagst es dann dauernd Nein, 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 nein Ja, doch Wenn ich das sage, dann ist das so, mein lieber Ne, nein, ich ruh, ich hör auch gar nicht auf dich Er ist für dich, unverantwortlich von dir Finde ich unmöglich, nein Das seh ich nicht ein hier ist wenn die sich nicht er hätte jetzt auf komische Geräusche zu machen er du du hast schon verstanden Kartoffel Stranger Shit und so Kamiro LP das ist ja mit Verschelskanal du müsst alle abonnieren um ihn dann wieder zu deabonnieren warum hast du eigentlich das neue Kanal nicht mehr drin weil das neue Kanal Design scheiße ist ganz einfach aber das ist jetzt eigentlich ja nichts neues ich hab es jetzt nur das eine mal drinnen gehabt weil ich wie ist es jetzt gleich Baum das hatte ich halt du meintest irgendwie zu mir das wäre ab jetzt irgendwie diese Woche würde das umgeändert als ich in Dublin war und deswegen hatte ich das schon direkt reingemacht weil ich halt dachte ja nee dann ist ja mein Kanal so lange ohne neues Design und dann dachte ich mir mach ich das jetzt schon direkt rein aber ja ist es immer noch nicht und dementsprechend werde ich jetzt wieder das alte benutzen weil das alte ist besser die haben die haben sich ein bisschen vertan was das halt angeht ja es ist ja also ja hast du eine Antwort für mich jetzt eine intelligente nach Möglichkeit kürtentwicklung suchst bei mir nach Intelligenz zu tun zu tun viel Spaß besuchen aber okay shit happens doch so oder LL Nose okay von ohne Popschutz ist viel lustiger ohne Popschutz rede ich jetzt einfach mal ins Mikrofon äh nein doch da ist da ist ja nicht kein Ploppen drin so überhaupt nicht und so ne nein du hast kein Ploppen drin kommst du jetzt darauf du übersteuerst by the way auch ne das finde ich extrem uncool das ist wirklich so eine Mikroquellung kannst du es lassen ich weiß gar nicht äh wie ist bei mir die Mikroqualität im ersten habe ich ein bisschen übersteuert genau übersteuert mhm oh mein Gott ich hab den zweiten Orden wuhu Kinos toll wa tralalalalalalalalalalalalalalala ist hört Dante überhaupt zu nö nö pja nö 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 kann man ganz einfach beantworten nö boah komm jetzt halt es Maul ich will weiter so nö blöder komischer Arenaleiter Nein. Der will nur deinen Penis. Warum beant... Ich meine, es ist mir scheißegal, was du von irgendwelchen Frauen oder von irgendwelchen Weibern willst, ne? Aber dann erzähl dir doch kein Bullshit. Ich? Ja, du, wer sonst? Pfff, Paula Gustav. Du bist strange, Mann. Du bist echt strange. Und zwar so wichtig, ja. So komplett. Nö, nö. Nö, nö, nö. Ja, püchse ich nicht ein, ne? Pff, ne, nö, nö. Sag mal, hier dieses Komische Ei, das muss jetzt auch so langsam mal entwickeln, oder nicht? Nö, so langsam, das muss ich einfach gegen den Hauswand werfen. So, Helo-Wi-Nö. Pfff, oh, hast du keine Süßigkeiten bekommen? Ganz armisch, Kind, du. Du, tust mir ja leid. Wenn du keine Süßigkeiten bekommst, musst du das Pokémon-Ei-Gänger-Wand werfen. Eindeutig. Los, Eili! Ja, ist klar und so. Ist klar. Pokémon Eili? Könntest du das nicht? Lobi-Pokémon. Nein. Och, nö. Der hat einen Hebulag. Oh, nein. Und es hat Hypnose. Nein. Äh. Nö. Nein. Das ist nicht cool, ja? Jetzt macht die nicht über mich lustig, Mann. Das ist nicht cool. Ja, super. Ich hab da auch nix gegen, Mann. Fuck you too, Mann. Äh. Ich bin ein Schaf. Beziehungsweise jetzt setze ich eins ein. Schläger, okay. Nerv. Gnarf. BLEH! Das war ich alles mit meinem... Alles. Ach, dein... Du bist komplett... ...mitatet. Alter, kannst du mal aufhören, dich zu erbrechen? BLEH! Das wäre ganz nett und so, ja? Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ich hab deine Stimme gehört. Meine Stimme gehört? Das ist toll. So, äh, wundertoll und so. WUH-EH! Kannst du mal aufhören mit der Scheiße? Vielen Dank. Kann noch mal. Ne. Lass uns mal über Themen reden. Schreib Themen in den Chat. Gute Idee, okay. Themen, Themen, Themen. Bei Themen kann ich auch ernst sein. Kann. Kann, ja. Das ist der Punkt. Kann! Wenn ihr mir auf einmal mit der Nazi-Zeit ankommt... Pfff. Ne, das solltet ihr nicht tun. Auf keinen Fall. Boah. Ernsthaft? Du hast echt nen Schuss weg. Warte, wie oft hab ich das jetzt schon gesagt, hä? Hm. Seitdem wir uns kennen ab... Eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Ich kann nur bis zehn zählen, also mehr als zehn. Mehr als 10 was? Ja, keine Ahnung wieder. Keine Ahnung, das dachte ich mir. Das dachte ich mir mal wieder, ne? Unglaublich. Keine Ahnung. Also, wir reden jetzt einfach über... Musik. Musik, ja. Musik höre ich nur Gute. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Der Leon hört auch nur Gute. Ja, das ist... Und, äh... Ja, pfff... Dann ist doch alles super, ne? Ich hab mit dem schon mal abgeschlossen. Okay, scheiße, das ging irgendwie schnell. Ähm, ne, okay, was waren wir denn für ne Musik? Und Blah und Kartoffeln und, äh... Natürlich deutsche Schlager. Ja, ey, echt, man. Ich meine, hallo, oder Heino oder sowas, ne? Das ist meine Musik, man. Da geh ich so drauf ab, man. Ich meine, da sitz ich so und dann geh ich da so toll Headbang-mäßig drauf ab. Headbang-mäßig drauf ab. Ich bin bei Deutsch-mäßig drauf ab. Warum nicht? Ja, so voll Screamo und so, ja? Ja, das... Ich, ich weiß nicht, das fand ich da so strange. Weißt du, ähm... Nein, weiß ich nicht. Irgendwann mal... Ich, ich weiß nicht, das hab ich bestimmt auch irgendwo mal erzählt. Ähm... Ich war da bei uns auf so einem komischen Festdings-Boomster. Ähm... Und ich weiß nicht, da war irgendwie so eine Bühne aufgebaut und da war irgend so ein Böhm und der hat da Schlager gespielt, ne? Das war natürlich nicht so tolle, aber... Gut. Ich war halt da. Und, äh, man hört diese ganze Scheiße ja nun mal einfach. Ist einfach so. Es ist einfach nicht zu überhören. Und dann höre ich so einfach... Und ich traf sie auf dem Dixi-Klo. Und mein Kopfkino ging an. Ich weiß, das musst du dir aber vorstellen, man. So eine heroin-süchtige, oder? Hä? So eine heroin-süchtige, oder? Zum Beispiel? Hat der heroin-süchtige aufgetrieben? Ey, komm. Komm, äh... Einmal, ähm, und dann, äh, weiterschicken, ne? Und, äh, was, äh, reimt sich jetzt auf schicken, ne? Wie könntest du euch... Tick! Dicken. Ja. Ne, ist klar. Ach ja. Das ist so dämlich, man. Wie zum Lustigen-satz. Man hört das Gras knicken, da wird doch wohl niemand... Den Hasen mähen. Oh, wie geil. Ey, ich weiß nicht, äh, guckst du, ähm, Dreitudelsack 3 zufälligerweise? Nö. Ähm, der macht so, äh, Fan-Dubs von verschiedenen Filmen und letztens hat er einen zu hier, äh, den Hobbit rausgebracht. Du kennst den Film, oder? Natürlich. Ähm, da waren die doch in diesem, äh, Haus von Bilbo, ne? Und, ähm, da haben diese Zwerge so ein komisches Lied, äh, gemacht, ne? Und das hat der gedubbt. Ich stand im Garten und hatte einen Harten. Äh, ich, ich... Guck, ey. Ich krieg mich kaum ein, ey. Da fehlt noch was. Oh, Mann. Ich lasse nur gestanden. Hey, Leon, siehst du da oben den Geier? Man sieht von hier unten seine roten Turschuhe. Okay, äh, okay. Ich stand im Garten, hatte einen Harten. Ich denk, ich soll ihn... Ich stand im Garten, Harten, die Leine riecht schon vollkommen. Das wäre aber noch besser, Mann. Ich kann bloß nicht. Scheiße. Oh, Mann. Scheiße. Oh, Mann. Oh, Gott. Oh, Gott, Mann. Hilfe. Oh, Mann. Scheiße. Leon hat einen Lachflash. Ich stand im Garten und hatte einen Harten. Ähm, ich stand im Garten... Das kannst du guten Schlag am Harten. Ja. Ein Harten im Garten. Ich stand im Garten. Oh, Gott, Mann, Junge, ich kann nicht mehr. Ein Harten im Garten. Was, das ist der Pino hinter einem Baum? Meine Kinder, überraschend. Scheiße. Okay, okay. Ich stand im Garten, hatte einen Harten. Oh, Gott. Ich denk, ich soll ihn braten, will aber noch lieber warten. Äh, ich... Ich find's... Scheiße, ich krieg Brauch... Äh, Brauchschmerz. Äh, Alter, ich kann nicht mehr, Mann. Ich kann nicht mehr. Surfing Penisse. Ah, Gott, so, ähm... Didu, 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 didu... Gott! Hilfe! Ich kann nicht mehr, Mann. Ich kann nicht mehr. Stranger shit, meine lieben Leute. Stranger shit. Stranger shit, motherfucker. Oh, mein Gott. I now have a very good English accent, yes. Of course you have. That is quite gay, but it is also a bit English. Of course, a very good English. A goodly English. Of course. So, wieso hast du jetzt einen Art-Werb benutzt? Motherfucker, what? Ähm... Goodly. WTF? Goodly? Yes. Ja. Was soll das sein, bitte? Yes. Yes. Bist du irgendwie nicht so ganz helle im Kopf? Du kennst mich, du kennst mich. Mein Gott, trotzdem, ich muss dich einfach nochmal fragen. Einfach, weil ich's kann. Das ist meine Antwort. Nein. Das ist meine Antwort. Na gut, vielen Dank. Gut, dass ich da jetzt auch so gut Bescheid weiß und so. Immer wieder gerne. Super. So, ey Junge, gib mir Zerschneider. Wey. Was hält der Zerschneider so dir gegeben? Ähm, äh, so. Naja, so. Ob du den haben willst, ist eine andere Frage. Hm, ich will Zerschneider haben. Ähm, ich weiß nicht, was du dir jetzt in deinem behinderten Kopf gedacht hast, ne? Auf jeden Fall nichts Intelligentes. Pst, nichts Intelligentes in meinem Kopf. Ja, tut mir leid, ich hab nichts gesagt, ne? Nicht nach 0 Uhr. Oh mein Gott, ein lila Herz. Du weißt aber, dass, äh, lila die Farbe der sexuell Unbefriedigten ist. Tja, jetzt wissen wir Bescheid, wa? Vielen Dank, Pascal, dass wir da jetzt auch Bescheid wissen. Da wissen wir gut Bescheid und so. Ja, das ist toll. Scheiße. Ja, das hättest du nicht machen sollen. Ich weiß nicht, wir haben eine, eine haben wir bei uns so rumlaufen und, ähm. Die macht auch laut, laut, laut. Nein, 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 nein. Das ist immer total lustig mit der, weißt du, die, die verschwindet einfach zwischendurch. Weißt du, die ist einfach weg. Die haben keine Ahnung, wo sie ist, die ist dann einfach weg, ne? Und fünf Minuten später ist sie wieder da, ne? Keine Ahnung, was da los ist, aber ist einfach so. Aber die hat auch irgendwie so ein Talent, ne? Weißt du, wir reden über irgendetwas, ne? Letztens war es halt wirklich so, wir reden über, ähm, ja. Lila, Farbe der sexuell Unbefriedigten. Und wer kommt jetzt bitte in komplett lila da an? Ähm. Wir dachten uns auch nur so, so. Jo, wissen wir Bescheid, okay. Okay. Leon hat Zweck, Dreieckmann, lila Herzchen. Okay, ähm. YOLO 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 YOLO. Alter. Ich bin stolz auf dich. Maul halten. So, ähm. Pokemon? Kommst fourteen für dir. Lass mich raten, du bist Commuter, oder? Ja, das ist Commuter. Jetzt singe ich eine Runde Sailor Moon, pass auf. Oh nein, nein, Junge, das ist so schlecht, das ist so billig, Mann. Nein, lass das. Ich will es nicht. Dieser ganze Anime ist einfach scheiße. Und ja, ich weiß, dass hier ein Hyper-Eiler liegt. Ja, das ist nicht geraten, ich weiß das. Sag das Hauptwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Oh Sailor Moon. Kämpfe für den Schick über Dunkelheit. Folge deinem Aufmerksamkeit. Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, logisch ist es beides nicht, aber, ähm. Weißt du, logisch, ey, 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 ey. Okay, logisch ist es beides nicht, aber One Piece ist wenigstens cool, ja? Okay, One Piece, One Piece Intro. One Piece Intro Lyrics. Oh mein Gott. Ist, glaube ich, auch noch eins? Jupp. Ein super Trank, das wusste ich auch. Gibt's nicht, scheiß drauf. Fuck, ist das Shit. So richtig und so. Ja, die haben auch, glaube ich, überall wenn anderes, also die haben in der ersten, haben sie ein ganz anderes, äh, Intro, und dann kriegen sie immer wann anderes, irgendwo zwischendurch haben sie da noch ein das japanische drin, irgendwie. I don't know. Buh! Buh! You serious, man? Yes. Wah, strange shit, and stuff like that. Yes, 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 I'm speaking very good English, my name is Arno Schwarzenegger. Also, uh, really good on tone, ne? Really good, I have a really good English, you know, a goodly is really goodly, and I'm very proud to tell you, that I have a really good English for myself, I have to speak all the time English, because of the US and I, because it's very good, and yes, I'm a very good English speaker. Ähm, keine Ahnung, ob man das über das Handy gucken kann, Pascal, weißt du, oder was, du bist öfter eigentlich am Streamen, ne? Was, 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 was? Ähm. Irgendwie, ja, da gibt's eine App. Ah, okay. Ey, das ist uncool. Da finde ich den Streamnet. Achso, okay, ähm. Den Streamnet. Keine Ahnung. Ah, du, such einfach nach Namen. Ich hab, ich finde, Leon, um, sein auch nie am Handy. Du musst einfach nach Namen suchen und dann fertig. Ja, dann, äh, ist doch super und so, ne? Ich bin der im Sieg und du hast die Kraft, du kannst es dort. Entschuldigung. Sag, warte. Hihihihi. Ja. Ne, ist klar und so, ne? Auf jeden Fall. Oh mein Gott, wir haben diesen hässlichen Wald abgeschlossen. Von dir krieg ich noch was, das weiß ich. Oh mein Gott. Tralala, tralala, tralala. Keine Ahnung, wie du das am besten so machst und keine Ahnung, ich... I do know. Wär ganz cool, mal zu wissen und so. Ich hab das noch nicht ausprobiert, weil es hat mich bis jetzt eigentlich noch nicht so ganz interessiert, ehrlich gesagt. I'm surrounded by idiots. What? Hm? Äh, nichts, nichts. Okay. Say what? Say what, motherfucker. Oh mein Gott. Say what? Say what? Say what? It is klar. Say what? What? Wie, wie, wieso Call of Duty, was, was, wieso, was ist da kaputt? Gib mal bei Camero EP zu Call of Duty 2 an, den finde ich, weil da gibt's nur zwei. Was? Call of Duty, Leon sagt gerade Call of Duty 2 cool. Das ist, ähm, ja, das mach ich so multitaskingmäßig auf meinem PC. Du hast, du hast, du hast ein Video gerade laufen, weil es so Pokémon zockt und nebenbei zockst ja Call of Duty 2. Ja, ja, krieg ich hin, kein Ding. Ich mein, ich bin ja multitaskingfähig, ne, ich mein, du erinnerst dich, das ist voll Ikea. Und vor allem du, vor allem du. Ja, vor allem ich, vor allem ich, ne? Voll Ikea. Ey, das, das war so genial, weißt du? Also behinderte. Äh, ja, du fragst mich da irgendwas und ich nur so, ja, das ist voll Ikea. Und du so nur, ja, Idioten kaufen einfach alles. Und ich so, what? Was? Ausdehung ich, Ikea ein. Ausdehung ich, Ikea. Mein halbes Zimmer ist aus Ikea, ey. Das sagt schon alles. Ja. Ja. Fuck you too, man. Fuck you too. Fick dich selber. Halt, hab mollot, fick mich. Nää. Nää. Soll ich nicht ein. Seh ich schon nicht ein, du. Das ist ungläblich, da. Ich glaub, es hackt hier. Hast du sie noch alle? Spinnt so wohl. Ey, sag mal hier, Alter. Äh, es ist ungläblich. Was ist das eigentlich für ein Akzent, den ich hier gerade laber? Das ist ein Mix. Das ist ein Mix, ist sicher. Das ist behindertensprache, eindeutig. Äh, äh. Behindert. Waaat. Bluck. Und so. Ja, nee, du, du bist jetzt voll lustig, weil du pfff gemacht hast und so. Das ist voll pfff lustig. Oh Gott, ich muss jetzt gerade an diese Spongebob-Folge denken, Mann. Ich pfff komme aus. Whatever. Ich meine, ich hasse diese Sendung, ne? Ich finde sie total dämlich, ne? Aber das geht einfach nicht aus allem im Kopf raus, ne? Weißt du, du guckst diese Scheiß-Sendung einmal. Was hast du zu Ende nochmal gegen Spongebob? Spongebob ist cool, ey. Spongebob ist größter Gangster-Motherfucker hier im ganzen Land. Ja, was da los? Ja, ich bin Spongebob-Schwankopf. Ja, komm schon. Nee. Seh ich nicht ein. Du, äh, ne? Das ist, äh, strange. Auf jeden Fall. Total. Nies. Und nicht nur ein wenig. Hey. Ey, ernsthaft, ernsthaft. Ich, ich meine, das, was ihr labert, ist Müll. Das gebe ich zu, aber das ist echt unterhalten. Bitte. Ich meine, hör dir den Scheiß mal an. Ja? Hör dir den Scheiß mal an. Okay, das reicht's. Ach, nervt dich das? Nein. Lalalalalalalala. Fuck you, Typ. Dann Tick's Müll, ja, weiß ich. Ja. Wenn ich den Problem testen, geh dich selber ficken. Ähm, ich hab mit Basti jetzt letzter Zeit zwischendurch mal geschrieben. Ähm, aber auf die Frage hin, wie das aussieht, von wegen, ähm, ja, äh, weiter mit LP'n. Ähm. Hatte er, meinte er, er hat im Moment keine Lust, also dementsprechend, geh ich davon aus? Nö. Aber, äh, ich hab mir jetzt mal gefragt, äh, der ist demnächst vielleicht bei einem Stream dabei. Hab ich ihn vielleicht, hoffe ich mal überredet. Also, ich hoffe, dass ich ihn überredet habe. Er hat einfach nur gesagt, kann ich mal machen. Ob er es jetzt macht, das ist die Frage, ne? Das sieht man dann. Von daher. Nö? Ja. Seh ich genauso. Eindeutig. Lorenz. 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 Der hat mich das nicht geschickt. Alter, du hast das doch gespielt, oder nicht, Mann? Hallo? Oder nicht? Hab ich das falsch in Erinnerung? Akku. Hä? Ne, 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 ne. Ja, nee, ist klar. Ja, meinschen. Ja, nee, das find ich unmöglich eigentlich, ne? Das weißt du. Ne, wirklich. Ja. Tue ich. Ne, ist klar. So. Also. Ja. Ja. Dat hab ich in meiner Kindheit gezuckt. Ne? Ja, ja, ja. Und an meiner Kindheit kann ich mich so gut wie gar nicht mehr erinnern. Ach ja. Okay, okay. Also ich kann mich... Ich hab's doch feinstrelle. Man. Fuck you too, du blödes Dickter. Also okay, also du bist so ein kleines behindertes Kind, das sich an nichts erinnert, dachte ich mir. Ja, wo ist das? Äh, mach mal nur ein Team mit AI... Ja, nee, lass mal. Was hab ich davon? Das ist mehr AI aus dem Wehlauf. Dann hab ich acht. Hö, 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 hö. Wow, das ist jetzt voll lustig und so. Und, ja. Ne? Eindeutig. Jetzt mal ernsthaft, was passiert dann? Wenn ich dann in den Kampf komme oder sowas? Los, Eili. Los, Ei. Äh, dann... Okay, dann liegt einfach weiter da rum. Ist auch gut. Werde zu einem Rührei. Kann ich wenigstens was essen, Mann. Los, Ei. Äh, mach, äh, Rührei. Blub. Blub, blub. Sitzt du da so mit dem anderen Trainer und nommst das auf. Ähm, ich geh jetzt einmal heilen und danach, äh, holen wir den Rest auf dieser Route einfach nach, ne? Oder? Ja. Dann, holst du dir eine Cola und trinkst eine Cola dazu. Boah. Alter, was hat der denn für... Wie weit kann der gucken, Mann? Das ist ja unglaublich, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Ich geh allen aus dem Weg, nur, äh, er, dem, äh... Reicht das nicht, ne? Blöder Pfadfinder. Ne, alter, was ist da los, Mann? Äh, you behindert und so? Alles wieder normal? Ne, okay, das wahrscheinlich sowieso nicht, aber trotzdem. Das ist nie. Wir lernen das nie. Ja, ne, ich, ich weiß ja schon, ich weiß ja schon. Tut mir leid, ne? Ah, Camper, gleich weg damit. So sieht's aus, Mann. Ululululul. Ulululul. Voll lustig und so. Oh mein Gott, Level 15. Ich glaub, das entwickelt sich, oder? Komm schon. Äh, meine Leistung war nicht gut genug. Ja, du bist schlecht. Entwickel dich, entwickel dich, entwickel dich. Hey, Twister entwickelt sich. Uh, ich bin gut. Ululululul. Haha, ich bin besser als du, ich bin besser als du, ich bin besser als du, ich bin besser als du. Siehst du, siehst du, siehst du, es entwickelt sich, Mann. Fuck yeah, Mann. Ich mein, es ist jetzt ein Vati. Und Vati sind cool. Ja. Ja, voll geil. Yeah. So, ich geh jetzt, äh. Was willst du, Ficka, eigentlich von mir? Was du spast. Ja, ne, ist klar, ne? You crazy? Or what? Yeah. 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 Voll, äh, toll und so. Yeah, hallo. Hier ist der, hier ist der, Sammy von Editorial. Hallo. Oh my God, hallo. Auf Wiedersehen, auf Twitter, auf Facebook. Ja, genau. Und dann fittert ihr jetzt alle mal schön. Das wird nicht total toll. Am besten mit ganz so viele Herzchen. Ja. Ja. Ja, meine Tony Stickers, bitte. Bitte. Willst du nicht kämpfen? Wer ist da? Äh, was ist dein Begehr? Ah ja, okay, gut, doch, den kenne ich doch noch. Bleh. Der hat einen Fuk- Warte, wie ist es jetzt? Der hat das, meine ich. Doch, Fukano ist das. Ja, genau, das möchte ich haben noch. Azzengitzel. Hä? Azzengitzel. Ja, nee, ist klar. Jo, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer. Ja, und dann geh ich schnell wieder wegs. Ich hab den ersten Part von eurem Together übrigens gesehen, ne? Ja, was ist mit den anderen? Die nicht. Warum? Bin ich nicht zugekommen. Guck. Ja, vielleicht, wenn ich Lust habe oder sowas. War auf jeden Fall ganz unterhalten, muss ich echt sagen. Also, ähm. Ich hätte echt gedacht, dass Mitchell und so während des LPs noch dämlicher sind als die so schon sind da. Ich muss jetzt sagen, die sind, also, so in den Aufnahmen, die quatschen so sehr viel. Das ist echt Wahnsinn. Das hast du sicher selber auch bemerkt. Ja, schon. Und dann müssen wir aber da so, so blablabla, blablabla, blablabla. Ich baue natürlich so mit Sepp, ja, das Häuschen hin und wieder, sag ich, und Sepp mal was, und der TT sagt auch hin und wieder mal was, aber der Mitschler redet die ganze Zeit. Ja. So ist das halt, ne? Alter, ich könnte das voll nicht abnähe. Ich meine, ähm. Wenn ich dann jetzt so ein LP mache oder sowas, dann bin ich ja so einigermaßen daran gewöhnt, dass ich so fast die ganze Zeit labere, ne? Ich hab mir auch hin und wieder so, ich dachte mir hin und wieder so, soll ich jetzt schnell was sagen, soll ich was nicht sagen? Weil ich immer so ein bisschen, äh, sag ich jetzt was, ich will nicht unterbrechen. Tja. Dann, äh, lieber in Deckung gehen und so, ne? Nicht mit dem Kerl anlegen und so. Total. So mit Schlüssel für den Babo. Hm. Voll krass Haftbefehl und so, ey. Ich schör da drauf, ey. Voll krass. Mensch schon. So richtig. Gott, ich geh jetzt nochmal heilen, da fehlt mir noch eine so ne Tante, mein, hier. Gehst du jetzt, gehst du jetzt. Gehst du zum Adolf? Zum Adolf? Oh, Gott, ich geh halt heilen, oh, 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 oh. Ja, nee, ist klar und so, ne? You know what I mean und so? You know what I'm saying, bro, in your own schloss. Was für ne Nachricht. Wann kommt eine Nachricht nicht an, wenn du sie nicht wegschickst? Nein, nein, warum? Der will ein Gund haben, der Mensch. Ja, warum kommt eine Nachricht nicht an, wenn du sie, weil du sie nicht weggeschickt hast? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schaut es euch an, der gefährlichste Gegner in diesem ganzen Spiel. Nein, Quatsch, Carpador wäre auch noch da. Aber schaut es euch an, es ist verdammt gefährlich, ne? Oh mein Gott, ein Abra, Abra. Pass auf, dass sie sich nicht in der Luft sprechen. Echt mal. So richtig, Mann, so richtig, ey, da muss man richtig schauen. Für alle, die das jetzt falsch verstehen, nein, ich bin kein Rassist ohne desgleichen. Gleichen, okay. Ist das für mich? Ich dachte jetzt. Das nächste Mal, das nächste Mal skreibst du mit Pat und mit mir. Und dann sag noch einmal, ich bin ein Rassist. Okay, okay, okay. Hallo, hallo, Pat. Hallo, Pat. Aber der Pat da abziehst. Das ist nicht mal normal. Ja, das glaube ich dir auch. Das mag gut sein. Ich glaube, der Kerl hat einen Schuss weg, aber okay. Er ist cool, Pat ist besser, Bro. You know what I'm saying, yo, homie? Swag Yolo, Swagheti. Swagheti, Habunaga. Das ist richtig. Mein Gott, das ist... Habus, wisst du, was der Papa ist? Habt ihr, sobalabla. You're strange? Stuff like that? Ja, was da los, was da los? Plark. Eindeutig, Plark. Hallo, 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 guten Tag. Strange or what? Hallo. Tag auf, was geht? Was geht, ey? Was geht, mein lieber Junge? Oh, wie schlaue ich mir. Ich komme an, du. Ich brauche nichts zu Spaß. Du machst mir Angst manchmal. Weißt du, was du musst mir aber nicht schlaue? Ich schlaue, ich schlaue, ich schlaue, ich schlaue. Ich schlaue, ich schlaue, ich schlaue, ich schlaue. Fetz. Eine Zuckerstange lecker. Eine Zuckerstange. Eine lecker, guck Zucker. Nein. So schlaue. So will der Sharky. Alter, gib dir die Kugel oder sowas. Ich schieb dir ins Video, ey. Ist so bienet. Wat? Jetzt ist es so bienet. Ich schieb dir das jetzt. Du guckst dir aber nicht im Stream. Okay. Ich weiß nicht, habt ihr eigentlich dieses eine Video gesehen mit dem Gifter hier von Pascal? Und sonst mache ich es gleich nochmal am Ende vom Stream an oder sowas. Aber, ähm... Das ist sowieso gleich am Ende vom Stream. Hä? Das ist sowieso gleich am Ende vom Stream. Ja, das dauert nicht schon mal lang. Ich möchte jetzt hier noch eben kurz die eine Tante auf jeden Fall besiegen. Und dann würde ich einmal noch kurz auf jeden Fall das Fahrrad holen. I don't know. Mal sehen, was wir noch alles schaffen. Kommt drauf an. Jo. Nein, 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 nein. Was habe ich jetzt getan? Oh nein. 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 Was habe ich getan? Shit. Nein. Oh, ich bin so blöd. Nein. Was habe ich nur getan? Nein. 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 Nö. Oh Gott. Was habe ich getan, Mann? Nein. Nein. Fuck. Nein. Gott. Hilfe, Mann. Scheiße. Ach. Ja, ich bin der Pro over all, Mann. Hallo? Ich... Nein. Scheiße. Oh, fuck, Mann. Das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt so richtig scheiße, Mann. Hahaha. Oh, Mann. Es ist so dämlich, Mann. Weißt du, es ist so dämlich. Ich weiß nicht, ob ich irgendeine VM oder sowas habe, wo ich dann irgendeine Dings mit lernen kann. Warte mal, ich schaue mal eben nach. Vielleicht ist da ja irgendwas. Kopfnuss. Nein, da ist nix. Kacke. Hahaha. Ich gucke jetzt mal an diesen komischen Pokémon-Markt. Ich meine, wir sind jetzt im Kaufhaus. Na, nee, da gibt es bestimmt irgendwas. In der Mittellofter Street. Kaufhaus. Gadi. In der Mittellofter Street. Kaufhaus. In der Mittellofter Street. Kaufhaus. In der Mittellofter Street. 5. Ja, 5 will ich nicht. Willkommen, womit kann ich den Kauf. Elektroschlag. Feueriger Schlag. Eisiger Schlag. Gegner muss eventuell ausweichen. Nein, toll. Fuck, Mann. Fuck. Das hier ist jetzt dieses obere Geschoss, das ist total unspektakulär, naja, das ist total doof. Ich kann nicht mal auf diese komischen Dings mich setzen, das ist uncool. Boah, unbelievable, man, unbelievable. Unbelievable. Ja. Unbelievable. Yep. Yes. Das ist toll erkannt, bin stolz auf dich. So, egal, äh, was hab ich denn noch? Ich hab jetzt hier noch den Untergrund, ich weiß nicht, ob ich den, ja komm, den fang ich jetzt wenigstens noch an, ne, würd ich so sagen. So. Komm, einmal geheilt. Boah, das war so dumm, Mann, das war so dumm, verdammt nochmal. Ich könnte kotzen, Mann. Bäh. Das war jetzt keine Aufforderung für dich. Ach so. Ja. Muss ich dir auch erst noch erklären, wa? Ja, dachte ich mir. Dachte ich mir. Ja. Ich wurde dauernd zu einem Kampf herausgefordert, dauernd blablabla. Bla 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 meine Mutti war da. Hallo, Leons Mutti. Hallo. Die hat meine Katze reingelassen. Hallo, Leons Katze. Ich glaube, der hört dich nicht. Ah, toll. Und die hat die Tür nicht wieder richtig zugemacht. Das war so klar. Setz, setz die Katze das Headset auf. Warte. Warte mal. Warte. Ja, klar. Ich setz meiner Katze das Headset auf. Jetzt, jetzt mach schnell. Nein, die ist gerade weggegangen. Weil meine Mutter die Tür nicht richtig zugemacht hat, ist meine Katze jetzt rausgegangen. Das ist, nee. Ja, Katze, genau. Das ist, das ist toll an sich. Ja, nee. Was ist denn mit dir wieder los, ey? Was hast du wieder genommen? Crazy. Was geht bitte bei dir ab, Mann? Was geht bitte bei dir ab? Ja, ich glaube, der hat Drohung genommen und ist jetzt gerade am Fliegen. Ja, ich fliege in den Wald. 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 Ja, äh, Blockmann ist. Ben in Stream jetzt eh jetzt eh im Moment. Ah, das ist, das ist, das ist, das ist. Ich fliege in den Wald. schön Prozent Euro mein Gott der Wurzeln Lüttemberg weil ein alter Junge legt sich ab um Wurzeln von Löffel Zeck mal mein Gifstern in Gifstern in Gäste denn die Stimmen Wartemal habe ich das hier noch auf dem PC gerade um rumfliegen Wartemal um Kuhmann kurz mal nach das habe ich das hier drauf wird's er hat das ist weiß um Wartemal so dass es so ist er hatte ich sag so war ich schon so weiß nee da habe ich statt nicht mehr da muss ich das irgendwie anders eben öffnen warte mal ähm ich mache mal hier ziehen warte mal so das weg da warte mal irgendwie ist das falsch kann das sein Software Aufnahmequelle warte mal einmal kurz Szene bearbeiten das ist irgendwie nicht richtig boah du kennst dich auch echt nicht mit den OBS das hätte ich dir das geklärt hätte alles gewusst ja das glaube ich auch bestimmt bin ich von überzeugt mit dem OBS mehr aus als okay ich habe einmal ein bisschen vermitschel also ich kenne mich sehr gut mit OBS aus so oh mein Gott wir haben ein Dings was hier drauf hässlich ist ich habe den zweimal offen okay dann egal machen wir den mal einfach eh da bin ich ja das ist unglaublich war ähm wo finde ich das jetzt am schnellsten was suche ich was muss ich suchen ich weiß das jetzt gerade gar nicht warte mal dann ach so ja warte ich schicke ich schicke schnell den Linken aber nicht das eine Video anklicken das ich dir jetzt gerade in der Königreichs auch anmachen ist egal aber ja ne ich warte jetzt eben viel Spaß von Twitch gebannt zu werden ah ne warte mal der Mitch hat das auch gezeigt also ne ok dann weiß ich es sogar egal ja ne das das will ich aber nicht da so jetzt jetzt geh mal an und so ok ab hier ja was ist da los bitteschön das ist so strange man das ist so strange boah warte mal ich lass das erstmal laden alter was ist hier los man das geht ja gar nicht man krass ist dass überlassen über stört meinst du ich bin irgendwie gerade so komplett laut eingestellt und abwartet mal Bruch Ehr ich weiß nicht mehr Lesexel Leon und können uns da das mit dir los mann müssen es langweilig Merk von der Kunde so kommen mann ja das ist so laut das Intro er ist schon ich dachte eigentlich hätte es den richtigen Dings an gemacht aber irgendwie nicht so bitte da habt ihr ein schönes GIF voll geil hast du die GIF nicht mehr rumfliegen oder was nein hab ich nicht mehr aber ernsthaft die Musik die du gestern anhaltest die war echt geil die war richtig gut also da waren echt geile Sachen dazwischen was hattest du denn GQ Podcast oder was nö von dem einen Typen da der das GIF auch gemacht hat mh klar na egal gut ähm ich würde jetzt sagen ich höre jetzt hier auf Tschüss wir sehen uns beim nächsten Stream danke fürs Zugucken abonnieren favoritieren teilen yahoo